Hallo zusammen, hier ist wieder Emily von meinem dritten Account. Wir gehen wieder in den Traumlandturm und versuchen uns ab Kampf 261. Ich mache Hackfleisch aus euch, ja, sehr schön. Und der nächste bitte. Jep, goodbye. Ha, auch die sind weg. Hm, wie sie so schön umfallen, ist das toll. Ah, ich mag das, ich mag das. Ja, auch kaputt. Dann kommt 266. Ja, du bist auch weg. Sehr schön, sehr schön. Ja, weg bist du, komm. Siehst du wohl. 268. Jo, weg ist so. Ja, ihr geht auch weg. Sehr schön. Und 270. Und 270. Ach ja, schön, ehrlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch mal was Nettes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.